Hallo, in diesem Video stelle ich euch die Aufgabengruppe Zahlenfolgen beim Aufnahmetest mit AT vor. Dabei werden euch 10 Aufgaben mit je einer Folge von Zahlen gestellt. Ziel ist es, das System der Reihe zu erkennen und die Zahlenfolge um die letzten zwei Stellen logisch zu ergänzen. Ihr habt dafür 15 Minuten Zeit. Tipp! Um auf die korrekte Antwort zu kommen, müssen alle Zahlen mit einbezogen werden. Außerdem gelten nur die vier Grundrechnungsarten. Um diese Aufgabengruppe gut zu meistern, kannst du dir einige Übungsbeispiele auf der offiziellen Lernplattform VMC anschauen.